Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Landsleute, lieber Michael Schmitt, liebe Veronika Schmitt, zur Haferlandwoche 2020 überbringe ich Ihnen die besten Wünsche der Bundesregierung, insbesondere von unserer Bundeskanzlerin Frau Dr. Angela Merkel sowie unserem Bundesinnenminister Horst Seehofer. Sehr gerne wäre ich persönlich nach Siebenbürgen in das wunderschöne Haferland gekommen, um ein Wiedersehen mit all dem, was die Haferlandwoche ausmacht, genießen zu können. Wenn allerdings die Umstände der weltweiten Corona-Pandemie in diesem Jahr ein persönliches Treffen aller Gäste und Teilnehmer nicht möglich machen, so war es eine sehr kluge Entscheidung der Organisatoren dieses in Siebenbürgen einmalige Kulturfest, virtuell sozusagen auf neuen Wegen stattfinden zu lassen. Die Haferlandwoche hat sich seit vielen Jahren zu einem kulturellen Höhepunkt im Leben der Siebenbürger Sachsen entwickelt. Das ganz Besondere daran ist, erlauben Sie mir diese Feststellung, dass während einer ganzen Woche siebenbürgisch-sächsische Kultur in dem Umfeld gelebt wird, wo diese entstanden ist. Mitten in der Gesellschaft, gemeinsam mit der örtlichen Gemeinschaft, es ist siebenbürgisch-sächsische Identität zum Anfassen. Sie pflegen so nicht nur ihre eigene Kultur, ihre Bräuche und Traditionen, sondern sie verankern das Wissen darum bei ihrer mit so viel Freude beteiligten Jugend und im Bewusstsein der Mehrheitsgesellschaft. Besonders beeindruckt haben mich die Bücher mit Erzählungen vom sächsischen Leben in Deutschkreuz im Haferland, die sie in rumänischer Sprache veröffentlicht haben, um so den Zugang der Mehrheitsgesellschaft zu diesem Blumenstrauß an Kultur, der untrennbar zu dieser Landschaft gehört, zu ermöglichen. Dafür gehört allen Organisatoren, allen Teilnehmern, aber auch den Initiatoren dieser Kulturinitiative, Michael und Veronika Schmidt und Peter Maffay, ein ganz aufrichtiger Dank. Ich wünsche der Haferlandwoche auch in diesem virtuellen Format gutes Gelingen, allen Beteiligten viel Freude und ich hoffe, dass wir uns alle im nächsten Jahr bei bester Gesundheit im wunderschönen Haferland in Siebenbürgen wieder persönlich treffen. Alles Gute!